Hi Leute, willkommen beim Phantasios Studio und willkommen zu einer neuen Projektvorstellung. Heute wollte ich euch mal diese Armee der Genestealer Cults für Warhammer 40k vorstellen, beziehungsweise Death Corp of Creek. Was es damit auf sich hat? Na ja, der Kunde wollte mit dieser Armee so ein bisschen oder möchte mit dieser Armee so ein bisschen zweigleisig fahren. Auf der einen Seite würde er gerne damit imperiale Armee darstellen, auf der anderen Seite die Genestealer Cults. Und das hat er ganz geschickt gemacht, indem er zum einen hier diese Genestealer Cults Modelle in die Armee eingebaut hat. Da haben wir den Patriarch, das ist also dieses große Modell, als auch den Primus und den Magus, einige Hybriden und Standdatenträger, sowie hier diesen Goliath Transporter. Aber er hat auch jede Menge Modelle der regulären imperialen Armee, also zwei Chimären, als auch ein Lehman Rust Battle Tank und hier diverse, naja, wie soll man es sagen, normale Death Corp of Creek Soldaten. Wer weiß, was sich unter all diesen Gasmasken in Wahrheit befindet, so ganz ist es nicht klar. Was der Kunde deswegen auch wollte, dass wir sowohl die Chimären als auch den Lehman Rust mit verschlossenen Verdecken bauen, dass man eben auch da nicht so richtig erkennen kann, wer das Ding jetzt überhaupt fährt jeweils. Darüber hinaus sollten wir auch mit entsprechenden Kultsymbolen uns so ein bisschen zurückhalten, davon nicht allzu viele verteilen, dass man eben die Armee auch sehr gut anders spielen kann. Wie gesagt, imperiale Armee, bei der dann vielleicht der ein oder andere potenzielle Kultist dabei sein könnte. Oder eben, wenn er möchte, all in, die totale Offenbarung und dann eben hier mit diesen ganzen Modellen. Wenn ihr euch diese Modelle hier anseht, das ist eine kleine Besonderheit. Da hat der Kunde sich ein bisschen was zusammengesucht und unser Zusammenbauer, der Matthias, durfte sich dann da ein bisschen austoben. Als Grundkörper haben wir hier zum einen die ganz normalen Kardianer, die ganz normalen kardianischen Soldaten von Games Workshop. Das Ganze wurde dann allerdings noch ein bisschen abgeändert. Wir haben die Beinpaare von Victoria Miniatures. Das sind also so ein paar alternative Beinpaare, eher so mit Manteloptik kann man sagen. Und es wurden dann noch die Köpfe, diese Gasmaskenköpfe von Spellcrow oder Spellcrow Miniatures verwendet. Und ich glaube auch die Rucksäcke sind jeweils von Spellcrow Miniatures. Die sind aus Zinn, also wenn wir das mal kurz zusammenfassen, die Modelle selbst, die Oberkörper quasi und die Waffen sind aus Kunststoff, das sind Kardianer. Die Beinpaare sind aus Resin von Victoria Miniatures. Die Köpfe, diese Gasmaskenköpfe sind aus Resin von Spellcrow. Und die Rucksäcke, beziehungsweise es könnten auch nur die Decken sein. Ich drehe mal gerade hier so einen Burschen. Da ist er. Die Rucksäcke wiederum, die sind zum Teil aus Zinn. Das macht die Modelle mit diesen Zinn-Bettrollen, die sie da oben drauf haben. So ein bisschen kopflastig muss man ein klein wenig aufpassen. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, diese Armee so aufzubauen. Man hat da auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, imperiale Armee oder die Jeans-Dealer-Kaltmodelle, die übrigens auch sehr, sehr cool geworden sind. Bemalt wurde die Armee übrigens vom Sven und vom Raphael. Die Hybriden auf Level 4 und die ganzen Kommandomodelle hier auf Level 5. Darüberzu die ganzen Panzer und der Goliath und die ganzen Death Corp of Creek Soldaten auch jeweils auf Level 4. Und wo wir gerade bei Death Corp of Creek sind, wusstet ihr, dass das sogenannte Death Corp, beziehungsweise ein Corp, dass es aus dem Lateinischen kommt und sowas heißt wie Corpus. Ja, was ist ein Corp? Das ist ein militärischer Großverband, der im Prinzip aus mehreren Divisionen besteht, die wiederum aus mehreren Brigaden bestehen. Das sind dann jeweils immer so zwei bis drei Divisionen und so ein gesamter Großverband besteht nach aktuellen Maßstäben ungefähr aus 40.000 bis 80.000 Soldaten. Allerdings muss man sagen, ein Corp, das gab es nicht schon immer. Ja, eingeführt wurde das Ganze von Napoleon Anfang 1800. Der kam zuerst auf die Idee quasi militärischer Einheiten in sogenannte Korps, entsprechende Waffengattungen, Truppentypen und so weiter aufzuteilen. Davor war so ein Corp im Prinzip einfach nur eine spezielle Einheit. Man denkt einfach nur an Begriffe wie zum Beispiel ein Expeditionskorb oder ein Spezialkorb. Aber die Entstehung eigentlich als militärischer Begriff, das ist von Napoleon Bonaparte ins Leben gerufen worden und wurde dann viele, viele Jahre später bis heute quasi im militärischen Fachjargon verwendet. So viel zu dem Thema, da sagt noch einer beim Phantasios Studio, lernt man nix. Netter kleiner Funfact am Rande, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich glaube, sowas werde ich bei den nächsten Projektvorstellungen öfters mal machen. Ja, falls ihr euch interessiert, diese Armee auch über uns vielleicht zu machen, wer weiß, dann könnt ihr euch bei uns melden. In www.phantasios-studio.de ist unsere Webseite, beziehungsweise per E-Mail info at phantasios-studio.de könnt ihr uns auch per E-Mail gerne kontaktieren und über euer Wunschprojekt sprechen. Und falls ihr gerne noch ein paar mehr Bilder von dieser Armee sehen wollt, so könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen, dort dann zum Flickr-Kanal und ja, auf unserem Flickr-Kanal dann euch nochmal genau die Bilder von diesem Projekt ansehen. Falls ihr Fragen zu dem Projekt habt, zu den verschiedenen Herstellern oder ob euch das Thema auch bezüglich Brigaden, Divisionen oder Korps an sich interessiert, schreibt es in die Kommentare oder kontaktiert uns. Ich lese mir das ganz gerne durch. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, macht's gut. Tschüss!